Heute gibt es ein ganz schnelles Video zwischendurch, einfach weil ich etwas Großartiges zu erzählen habe. Ich habe eine neue Uhr und zwar eine Hanhard Pioneer One. Diese Uhr habe ich mir nicht gekauft, ich habe sie nicht gewonnen. Ich bin auf diese Uhr auf eine absolut ungewöhnliche Weise gekommen und das werde ich euch im kommenden Review erzählen. Ich denke, das Review wird am Samstag online gehen und es geht dabei nicht nur um das Review dieser fantastischen Uhr, sondern ich denke, es wird auch etwas für euch dabei sein. Es lohnt sich also, auf Samstag zu warten und wer es noch nicht gemacht hat, sollte vielleicht jetzt meinen Kanal abonnieren und auch die Glocke anmachen, denn zu dieser Uhr bzw. mit dieser Uhr verbunden wird es ein, zwei Videos geben, die sich für euch lohnen, einfach weil ich mich so unglaublich gefreut habe, dass ich die Hanhard Pioneer One auf die Art und Weise bekommen habe, die ich euch noch diese Woche verraten werde. Ja, also wie gesagt, ich bin mega glücklich, ich bin total geflasht und ich habe dieses Video gemacht, um meine Freude mit euch zu teilen und natürlich auch, um euch gehörig, neugierig zu machen, damit ihr euch meine nächsten Videos auf jeden Fall anschaut. Also, ich bin mega glücklich, ich bin mega glücklich mit euch, Vielen Dank.